Machwerke wie diese schockieren Welches kranke Gehirn denkt sich so etwas aus? Solche geschmacklosen und menschenverachtenden Kritzeleien finden nur noch am Rande unserer toleranten und fortschrittlichen Gesellschaft Aufmerksamkeit. Werke wie diese wiederum werden weltweit in Galerien präsentiert, erzielen hohe Preise auf dem Kunstmarkt und werden von der Kritik gefeiert. Die hier gezeigten Malereien stammen von dem Zeichner Cleon Peterson. Geboren in Seattle, heute in L.A. tätig. Ausstellungen hatte er schon auf der ganzen Welt. New York, Istanbul, Sydney, Paris, Singapur und so weiter. Eine anerkannte Größe in der Kunstszene. Petersons Bilder zeichnen eine Welt von barbarischer Gewalt und Verdorbenheit. Man glaubt, einen Blick in den Kopf eines Serienkillers zu werfen. Was natürlich sofort ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass die Mehrzahl seiner Gemälde schwarze Figuren zeigt, die weiße Figuren ermorden. Wären es nur einige wenige Bilder von ihm, dann könnte man das ja noch ignorieren. Aber inzwischen sind die von schwarzen Figuren ermordeten weißen Figuren der absolute Hauptbestandteil von Petersons vermeintlicher Kunst. Polemisch gesagt, was für Claude Monet die Natur war, ist für Petersons der Mord an weißen Figuren durch schwarze Figuren. Er scheint daran, einen regelrechten Narren gefressen zu haben. Dazu noch die Titel der Bilder, in denen, wie wir finden, relativ klar das Bild einer Vergeltung der Schwarzen an den Weißen mitschwingt. Peterson stammt aus dem marxistischen Kunstmilieu der US-Westküste. Trump, die Hassfigur der Linken in Amerika, wird von ihm als Schlange gemalt und als Virus bezeichnet. Er arbeitete zudem bereits mit Shepard Fairey zusammen, der das weltberühmte Hope-Poster für Barack Obama entworfen hatte. Aus welcher politischen Richtung bei Peterson der Wind weht, kann man sich daher denken. Seine Werke passen zur marxistischen Weltanschauung, die die US-Demokraten seit Jahrzehnten vereinnahmt hat. Und der Missbrauch ethnischer Randgruppen gehört bereits seit langem zum Handwerkszeug marxistischer Strategen. Nachdem sich die Arbeiterklasse der 50er Jahre nicht mehr für den Kommunismus begeistern konnte, war den Kommunisten ihr wichtigstes revolutionäres Werkzeug verloren gegangen. Das machte die Entwicklung einer neuen Strategie nötig, die vorsah, sich ein neues, sogenanntes Ersatzproletariat zu schaffen. Dieses Ersatzproletariat sollte sich aus sogenannten Randgruppen zusammensetzen. Dazu zählten für die Kommunisten nicht nur die wirtschaftlich Schwachen, sondern insbesondere auch Frauen, ethnische Minderheiten, Schwule, Lesben, Transsexuelle, mittlerweile auch Pädophile und vieles mehr. In anderen Worten, jeder, dem man erzählen konnte, er werde von der Gesellschaft unterdrückt, was im Fall der Schwarzen im Amerika der 50er Jahre ja sogar zutraf. Diese Randgruppen sollten gegen die bürgerliche Gesellschaftsordnung aufgehetzt werden, indem man ihnen einen Opferstatus verlieh und ihnen suggerierte, sie würden von der bürgerlichen Gesellschaft systematisch benachteiligt, was oft tatsächlich der Fall war, oft aber auch nicht. So wurde zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen Zwietracht gesät und die Homogenität der westlichen Gesellschaften zerrüttet und balkanisiert. In den USA, ebenso wie in Europa, waren die Sozialsysteme das entscheidende destabilisierende Element. In der schwarzen US-Bevölkerung wurde über Jahrzehnte hinweg systematisch die Erwartungshaltung gefördert, vom Staat versorgt zu werden. So hat man heute erfolgreich ein Ersatzproletariat geschaffen, das immer mehr Unterstützung durch die angeblich privilegierte weiße Bevölkerung verlangt. In Europa hat die linke Politik ebenfalls durch eine nahezu unbegrenzte Aufnahme von Armutsmigranten ein von staatlichen Sozialleistungen abhängiges Ersatzproletariat erzeugt. Die gesellschaftlichen Zerfallserscheinungen, die durch die allmähliche Zersetzung der westlichen Welt entstanden, sind nicht mehr zu übersehen. Diese entladen sich bereits in bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wie bei den Ausschreitungen in Minneapolis. Im Bereich geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen können. Doch selbst wenn diese Bürgerkriegszustände nicht zu beobachten wären, der Zusammenbruch der Geburtenraten im Westen und steigende Geburtenzahlen in Afrika führen langfristig zu einem weltweiten Bevölkerungsschiff von weiß zu schwarz, so politisch unkorrekt das auch klingen mag. Dass die Zeit des alten weißen Mannes vorbei sei, wird inzwischen recht unverhohlen auch in den Mainstream-Medien kommuniziert. Auf welt.de ist zu lesen, Zitat Denn Amerika befindet sich gerade in einem rasanten demografischen Umwälzungsprozess. Das Maß an rassisch-ethnische Transformation in den Vereinigten Staaten ist verblüffend, schreiben die Autoren einer neuen Studie zum Thema. Im Jahr 1980 war die Bevölkerung der USA zu 80% weiß. Heute ist dieser Anteil auf 63% zurückgegangen und im Jahr 2060 wird der Hochrechnungen zufolge auf weniger als 44% fallen. Was die Studie States of Change beschreibt, ist der Abschied vom weißen Amerika. Auf der Website des Magazins Cicero trägt ein Interview den Titel Der Weiße wird verdrängt. Darin sagt der interviewte Autor und Sozialforscher Meinhard Miegel, Der weiße Mann und die weiße Frau werden weltweit zu einer immer kleineren Minderheit. Um 1900 war jeder dritte Erdenbürger Europäer. Ein Viertel der Menschheit lebte damals auf unserem Kontinent. Heute ist es noch ein Achtel. Um 2050 werden es vielleicht noch 7% sein. Auch in Nord- und Südamerika sowie Australien werden europäischstämmige Menschen auf längere Sicht zur Minderheit. An der Expansion der Menschheit sind die Europäer nicht mehr beteiligt. Zitat Ende Der Bevölkerungsaustausch ist sogar erklärte UN-Politik. Für schrumpfende Bevölkerungen sehen die Vereinten Nationen nicht etwa eine Erhöhung der Geburtenraten im Abendland vor, sondern die Replacement Migration, also den Bevölkerungsaustausch durch Migranten. Der entsprechende Plan wurde bereits am 21. März 2000 auf der Webseite der UN-Abteilung für Bevölkerungsfragen veröffentlicht. Eine Statistik aus dem Jahr 2013 legt offen, dass der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund bei Kindern unter sechs Jahren in deutschen Großstädten schon damals weit über 50% lag. In Frankfurt waren es satte 75%. In Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter fünf Jahren von drei Kindern, haben zwei einen Migrationshintergrund. Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und jetzt leben sie bei uns. Wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben. Irgendwann werden sie weg sein. Das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Unsere Gesellschaft wird sich ändern. Unsere Stadt wird sich radikal verändern. Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt. Das ist auch das, was Migrationsforscherinnen und Forscher sagen. Wir werden in einer Stadt leben, in der es einfach, dass unsere Stadt davon lebt, dass wir ganz viele verschiedene Ethnien haben, ganz viele Menschen, und dass wir eine superkulturelle Gesellschaft haben, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir haben werden in der Zukunft. Und ich sage Ihnen noch ganz deutlich, gerade hier in Richtung rechts, das ist gut so. Bereits 2012 stellte die Neue Zürcher Zeitung in Bezug auf London fest, Zitat, Der Anteil der weißen britischen Bevölkerung in der Acht-Millionen-Metropole ist deshalb seit 2001 von 60 auf 45 Prozent gesunken, wie neueste Daten der Volkszählung vom März 2011 zeigen. Zitat Ende. Europäisch-stämmige Menschen waren also schon damals in der englischen Hauptstadt in der Minderheit. Ähnliches gilt für weitere europäische Zentren wie Paris, Amsterdam oder Stockholm. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Dann gibt es ja noch was. Jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren werden. Das liegt zum Glück daran, dass die Nazis sich auch nicht besonders vervielfältigen. Und schon deshalb sind wir auf Zuwanderer aus anderen Ländern angewiesen. Es ist nicht gerade weit hergeholt, Petersons Bilder auch in diesem Gesamtkontext zu interpretieren. Er hat zwar auch Bilder gezeichnet, in denen alle Figuren nur schwarz oder nur weiß sind und sich gegenseitig bekriegen oder töten, doch wenn die Figuren in schwarz und weiß aufgeteilt sind, werden die Weißen immer zu Opfern der Schwarzen. Und Petersons Werk besteht inzwischen hauptsächlich aus Bildern mit dieser Dualität. Natürlich sagt Petersen nicht, dass er mit den Bildern Gewalt gegen Weiße propagiert, doch ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Ein Maler kommuniziert mit seinen Bildern und nicht mit seinen Erklärungen zu den Bildern. Und was man sieht, ist nun mal recht eindeutig. Im Pressestatement zu seiner Ausstellung End of Days aus dem Jahr 2014 ist zu lesen, Zitat, Petersons Welt der Verdorbenheit stürzt nicht nur einfach ab und verbrennt. Ihre Polarität kehrt sich um. Das Erdreich wird nicht von den Sanftmütigen in Besitz genommen, wie die Bibel sagt, sondern von den Rachsüchtigen und Gnadenlosen. Welche Tage auch immer vorbei sind, sie wurden abgelöst durch ein neues Zeitalter der Barbarei mit klaren Gewinnern und Verlierern. Die Triumphierenden nehmen keine Trophäen außer vereinzelt abgeschlagenen Köpfen, aber die Besiegten haben klar mehr als ihre Eingeweide verloren. Sie zeigen keine Zeichen mehr von Kontrolle, Würde, Stärke und vor allem Hoffnung. Viele der Szenen zeigen Charaktere mit einheitlicher physischer Erscheinung, was auf eine klassenlose und gefühllose Gesellschaft hindeutet. Doch in seinen neuen Werken baut Petersons Schattenfiguren ein und erschafft eine neue, zweiteilige Ordnung. Es gibt Habende und Nichtshabende. Doch in all dem Chaos ist es schwer herauszufinden, wer wer ist. Zitat Ende Sehr kryptisch das Ganze. Wer werden die Gewinner und Verlierer im neuen Zeitalter der Barbarei sein? Auffällig ist, dass Petersen in vielen seiner Bilder die weißen Figuren in eine Art spätrömische Dekadenz verwickelt. Sie sind an zündigen Ausschweifungen wie Sex und Feierorgien beteiligt. Deutet Petersen hier etwa an, dass der Westen durch einen falschen Lebensstil zugrunde geht? Die Besiegten zeigen, wie in der Beschreibung zu seiner Ausstellung steht, keine Zeichen mehr von Kontrolle, Würde, Stärke und vor allem Hoffnung. Damit wäre der Verlierer in Petersons neuem Zeitalter der Barbarei die am Boden liegende weiße Bevölkerung des Westens. Eine durchaus naheliegende Interpretation. Für Petersen haben sich die Machtverhältnisse gedreht. Die vermeintlich herrschende Klasse wird jetzt von den rachsüchtigen Außenseitern der Gesellschaft gejagt. Dass Petersen ethnische Minderheiten zu diesen Außenseitern zählt, sagt er zwar nie explizit, doch es drängt sich geradezu auf. Cleon Petersen ist übrigens ein ehemaliger Drogenabhängiger, der bereits im Gefängnis saß. Die cops just rolled up, you know, in der Nähe von einem Monat oder so. Er saß sich in dieser Situation selbst als ein Ausgestoßener der Gesellschaft. Das klingt erstmal sehr löblich. Auch wir von der Expresszeitung üben Kritik an den Mächtigen der Gesellschaft. Die Frage ist allerdings, was Petersen unter Macht versteht. Denn vor allem in linken Künstlerkreisen hat sich die Theorie etabliert, dass gegen Randgruppen eine sogenannte strukturelle Gewalt ausgeübt wird, die von allen Menschen ausgeht, die nicht Teil der Randgruppen sind. Auch vom steuerzahlenden Normalbürger. Die ganze Gesellschaft sei also für das Leid der Randgruppen verantwortlich und nicht nur die Regierenden und Profiteure des Machtmonopols. Diese Theorie geht direkt auf Karl Marx zurück. Was einst die strukturelle Gewalt des Kapitals gegen die Arbeiter war, ist heute zum Beispiel die strukturelle Gewalt der angeblich privilegierten weißen Bevölkerung gegen die ethnischen Minderheiten. Es hat sich der Begriff White Privilege etabliert, der jeden Weißen als Profiteur des Systems auf Kosten der Randgruppen abstempelt. Ein verheerender Denkfehler. Denn eigentlich ist es das Machtmonopol des Staates, das alle ethnischen Gruppen gemeinsam unterdrückt. Wenn Peterson Macht als strukturelle Gewalt versteht, dann würde sich die von ihm skizzierte Rache der Randgruppen gegen alle weißen Europäer und Amerikaner richten. Diese sind für Neomarxisten, die sich vor allem in der modernen Kunstszene tummeln, schließlich die herrschende und privilegierte Klasse. Man kann stark davon ausgehen, dass Peterson dieses Konzept meint, wenn er von Macht spricht. Da sich dieses Konzept inzwischen leider in unserer Gesellschaft etabliert hat, ist auch nachvollziehbar, warum der mögliche Mord an einem Afroamerikaner durch einen weißen Polizisten in über 140 Städte der USA zu Protesten gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus führte, während Schlagzeilen wie diese relativ unbemerkt bleiben. Ich habe mich über die Welt in einem broaderen Kontext und in den USA in diesen Krieg und du hast Terrorismus, und du hast Nationalismus und Otherness on a grander scale. Where it's not just individuals being subjected to this, but it's different kinds of people, you know? I mean, this also comes across in like just daily social stuff in the United States, you know? With like the black and white culture stuff, you know? So hopefully this work in the show isn't a premonition of like more to come, you know? Das hoffen wir auch, doch die Umstände sprechen leider dafür, dass Petersons dunkle Zukunftsvisionen eintreffen könnten. Er sagt zwar nicht eindeutig, dass er eine dystopische Zukunft zeichnet, in der Nicht-Weiße die Macht ergreifen und sie erbarmungslos gegen die weiße Bevölkerung richten, doch es fällt wirklich schwer, hier als neutraler Betrachter etwas anderes zu sehen. Cleon Peterson ist alles andere als ein Nobody. Er war der erste Künstler, dem die Ehre zuteil kam, ein großes Bodengemälde unter dem Eiffelturm zu zeichnen. Der Name dieses Gemäldes, Ewiger Schlaf, kann vielseitig interpretiert werden. Würde man ihn auf die Zukunft von Frankreich oder gar Europa münzen, klänge er nicht besonders hoffnungsvoll. Steht der ewige Schlaf für den kommenden Tod Europas oder genauer gesagt der weißen Europas? Denn was ist ewiger Schlaf denn anderes als eine verharmlosende Bezeichnung für den Tod? Oder sagt der Titel aus, dass die weiße Gesellschaft schläft und ihr kommendes Schicksal nicht erkennt? In der Mitte der Zeichnung küssen sich eine schwarze und eine weiße Figur. Umgeben sind die beiden von zwei Kreisen Hand in Hand tanzender Figuren. Ein Kreis in schwarz, ein Kreis in weiß. Ob es Zufall ist, dass genau 12 Figuren die beiden Innenfiguren umgeben? Zwölf Figuren wie zwölf Sterne auf der EU-Flagge? Mit ihrer Bewegung im Uhrzeigersinn könnte man auf die Idee kommen, es handele sich um die zwölf Tierkreiszeichen auf einem Sonnenrad. Zudem entsteht in der Mitte der Malerei ein Hexagramm. Sonnenrad und Hexagramm sind Symbole, die man je nach Kontext unterschiedlich auslegen kann. Ebenso wie die Zahl 12, die auch im Mittelpunkt der alttestamentarischen Erzählungen steht. Ob Peterson diese Symbolik beabsichtigte, bleibt offen. Das ist schon recht vielsagend. Ausgerechnet ein Bild von diesem Künstler unter dem Symbol Frankreichs schlechthin. Und das als erstes Bild überhaupt in dieser Art. Der sonst für abstoßende gewaltpornografische Motive bekannte Zeichner findet in Bezug auf ewiger Schlaf ausnahmsweise sehr versöhnliche Worte. Das klingt verdächtig nach der kommunistischen Eine-Welt-Ideologie. Deren Ursprünge und Ziele wir schon in zahlreichen Ausgaben der Express-Zeitung herausgearbeitet haben. Ausgerechnet als Peterson die vielleicht größte Aufmerksamkeit in seiner Karriere bekam, tanzten die Figuren, die sich normalerweise brutal abschlachten, friedlich im Kreis und küßten sich. Allerdings auch nur auf den ersten Blick. Wer genauer hinzieht, stellt fest, dass die schwarzen Figuren im Vordergrund stehen. Die Schwarzen tanzen über den Weißen. Sie überdecken sie. Das könnte man durchaus als ein Zeichen der Dominanz auslegen. Die schwarze männliche Figur in der Mitte hat die weiße Figur fest umschlungen. Man könnte auch sagen, sie hat sie im Griff. Oder in anderen Worten unter Kontrolle. Nicht weit hergeholt wäre auch, die weiße weibliche Figur mit der Göttin Europa gleichzusetzen, der Namensgeberin des europäischen Kontinents und damit dem Ursprung der weißen Gesellschaft, Kultur und Zivilisation. Was den Figuren dieses Tanzkreises zu blühen scheint, wird bei einem Blick auf andere Versionen dieses Bildkonzepts in Petersons Ausstellung Stare into the Sun deutlich. Darin bringen sich die Figuren, mal wieder, gegenseitig um. Ist Petersons Bild unter dem Eiffelturm also nur der erste Teil einer Bildreihe, die mit dem Tod der weißen Figuren endet? Wie heißen dann die Fortsetzungen von Endloser Schlaf bei dieser Ausstellung? Böses Erwachen? Wo wir vorher noch das Hexagramm sahen, kann man hier jetzt übrigens ein Hakenkreuz erkennen. Was auch immer das bedeuten mag. In einer anderen Version, die in der deutschen Wochenzeitung Zeit abgedruckt wurde, ist wiederum recht deutlich ein Pentagramm zu erkennen. All dies ausgerechnet noch unter dem Wahrzeichen Frankreichs. In Paris, dem einstigen kulturellen Zentrum Europas. Lange Zeit ein Symbol der fortschrittlichen westlichen Zivilisation, das heute seinen alten Glanz nahezu verloren hat. Was einst die Stadt der Liebe war, ist heute die Stadt der No-Go-Areas, der Überfremdung, Massenarbeitslosigkeit, Ghettoisierung und bürgerkriegsähnlicher Zustände. Sie werden die vielen Männer auf der Straße bemerkt haben, nicht sehr viele Frauen. Einige Frauen sagen, für sie sei das hier zu einer No-Go-Area geworden. Sie sagen dir alle möglichen unangemessenen und widerlichen Dinge. Soweit ich weiß, sind das manchmal Migranten. Ich finde, das ist ein trauriges Problem. Manchmal mache ich mir Sorgen um meine Tochter. In das Haus, in dem ich wohne, wurde letzte Woche zweimal eingebrochen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Das Stadtzentrum ist umzingelt von Problemvierteln mit extrem hohen Migrantenanteilen, aus denen sich der französische Rechtsstaat längst zurückgezogen hat und in denen eigene Gesetze gelten. Verwahrloste Migrantencamps haben sich inzwischen bis in die Tourismus-Hotspots der Innenstadt verlagert. Die sozialen Spannungen entladen sich regelmäßig in gewalttätigen Protesten, Vandalismus und Plünderungen. Wikipedia schreibt über die Pariser Demografie, Zitat, Mehr als die Hälfte dieser Jugendlichen haben ihre Wurzeln außerhalb Europas. Zitat Ende. Kein Wunder, dass die zwei meistverkauften Bücher der letzten Jahre von einem kommenden Bürgerkrieg sprechen. Le Suicide Francais, also der französische Selbstmord, von Eric Zemmour und Unterwerfung von Michel Houellebecq. Kann man hier noch von Zufall sprechen, wenn Petersons Bild Endloser Schlaf ausgerechnet unter dem Wahrzeichen dieser Stadt platziert wird? Petersons erklärt, sein Werk baue auf Carl Jung's Schattentheorie auf, die sagt, wir alle hätten dunkle, un- oder teilbewusste Persönlichkeitsanteile, die häufig verdrängt oder verleugnet werden. Die Farbe Schwarz symbolisiere in seinen Bildern diesen Schatten. Der Schatten steht für die tierischen Impulse des Menschen, die er in unserer zivilisierten Gesellschaft meist unterdrücken muss. Jung's Schatten ist vergleichbar mit dem freudschen Begriff des Es, die archaischen Triebe und Gelüste des Menschen, die allzu oft unerfüllt bleiben. Die Frage ist allerdings, wenn sich Petersons dieser archaischen Triebe bewusst ist, er sich zudem mit Carl Jung's Theorien über das meist nicht zu kontrollierende Unterbewusstsein auseinandergesetzt hat, ist ihm dann nicht vielleicht selbstbewusst, dass die Schlachtung von weißen Figuren auf seinen Bildern diese unterbewussten Triebe anspricht? Die Zivilisation ist nämlich ein sehr dünnes Eis, das in Extremsituationen schnell zerbrechen kann, wenn die archaischen Triebe aus den Menschen herausbrechen, oft angefeuert durch mediale und kulturelle Aufhetzung, genau wie es Petersons in seinen Werken zu prophezeien scheint. Man denke nur an das gesellschaftliche Klima, welches 1994 in Ruanda geherrscht hatte, vor dem Völkermord an den Tutsis. Einem Strickmuster ähnlich wurde dort das Volk der Hutus während Monaten und Jahren von Politik und Medien regelrecht aufgestachelt und im Wissen der dort anwesenden UNO sowohl mental wie auch mit Macheten auf den Tag X vorbereitet, an dem man sich an den verfeindeten Tutsis rächen und sich dieser Kakerlaken entledigen solle. In der kurzen Zeitspanne von rund 100 Tagen wurden ab diesem Tag X, dem 7. April 1994, gegen eine Million oder rund 70 Prozent aller Tutsis von den Hutus mit Macheten zu Tode gehackt. In ganz Ruanda ermorden Nachbarn ihre Nachbarn, Lehrer ihre Schüler, Priester ihre Gemeindemitglieder. Hutu müssen töten, wenn sie nicht selbst getötet werden wollen. Tutsi, die schnell sterben möchten, bezahlen ihre Mörder, damit sie sie erschießen, statt sie mit der Machete zu metzen. Der gängige Preis sind 32 Dollar. Die Ruanda, die hier Zuflucht gesucht haben, flehen die UN-Soldaten an, auch sie in Sicherheit zu bringen. Als die Belgier sich weigern, bitten die Ruanda, man möge sie wenigstens erschießen und nicht den Macheten ausliefern. Aber die Belgier ziehen ab. Dann kommt die Miliz. Annemarie's Sohn stirbt bei dem Massaker. Die belgische Regierung ordnet jetzt an, dass Marschall seine Truppen gänzlich aus Ruanda abziehen soll. Der Abzug der Belgier signalisiert den Hutu, dass jetzt niemand mehr ihre Pläne durchkreuzen wird. Dieser sich über lange Zeit abzeichnende und unter passivster Anwesenheit von UN-Blauhelm-Truppen vollzogene Völkermord epochalen Ausmaßes wurde in den westlichen Medien als unvorhergesehener und plötzlicher Ausbruch ethnischer Spannungen verzerrt. Ähnlich überrascht wäre die Welt wohl heute, geschehe solches den Weißen im Westen. Dabei ist das Ausmaß politischer, kultureller und medialer Aufhetzung gegen die Heimatbevölkerung kombiniert mit einer sich verschlechternden ökonomischen Situation kaum noch zu übersehen. Der Rufmord geht fast immer dem physischen Mord voraus. So ist in Südafrika die Anzahl der sogenannten Farmmorde an weißen Farmern seit den 90er Jahren um mehrere tausend Prozent gestiegen. Immer mehr Weiße werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt und in ihrer Existenz bedroht. Gewalt gegen Weiße als Rache für die Apartheid wurde seit dem Machtantritt von Nelson Mandela systematisch romantisiert und ermutigt. Why don't I cry babies cry baby I'm not calling for the slaughter of white people at least for now that I can't give you guarantee of the future. When you want to hit them hard go after a white man they feel a terrible pain we are starting with this whiteness we are cutting the throat of whiteness. Nichts und wissen, dass sie nicht mehr so lekt. Frauen verts, die. Wir machen die Darlingen vorfall. W distellen lösen, die Menschen gleicheiquer überst lo spoke. Wer leben lässt, die Menschen, die Menschen, die Menschen zu essen. Wer schrever,st? Wer drehen nur zum Scheben. Musik Petersons Bilder stellen hier natürlich ein nur winzig kleines Puzzlestück eines viel größeren Bildes dar, nämlich des Krieges gegen die Weißen. Obwohl sich Petersons als wilder Straßenkünstler und Sprachrohr der Außenseiter verkauft, hat er dann doch keine Berührungsängste mit der Oberschicht. Seine barbarischen Figuren wurden zum Beispiel auch als Design für die Segel der Hochseerenjacht Maxi Edmond de Rothschild ausgewählt. Diese Rennjacht gehört zum Gitana-Segelteam, das im Jahr 2000 von Baron Benjamin de Rothschild aus dem französischen Zweig der Bankiersfamilie gegründet wurde. Komisch, warum arbeitet ein Künstler, der sich als Stimme der Ausgestoßenen und der Unterschicht versteht, indirekt mit einem Bankier und Milliardär zusammen? Sind das nicht genau die Machtstrukturen, die er in seiner Kunst kritisiert? Würden die Rothschilds in Petersons Welt nicht diejenigen sein, die eines Tages von einem wütenden Mob durch die Straßen gejagt werden? Immerhin verdiente das Bankhaus im 19. Jahrhundert prächtig durch Staatsanleihen für Monarchien, die in den Sklavenhandel verstrickt waren. Das sollte doch mehr als reichen, um den Zorn der Randgruppen auf sich zu ziehen. Oder haben wir da etwas völlig falsch verstanden? Zu den Rothschilds müssen wir nochmals etwas ausholen. Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, dass bestimmte übergeordnete Machtstrukturen, Entwicklungen wie die Massenmigration und die daraus entstehenden ethnischen Konflikte gezielt vorantreiben. Und immer wieder findet man hier auch historische, wenn nicht sogar direkte Verbindungen zu den Rothschilds. Da hätten wir zuvorderst die Vereinten Nationen, deren erklärte Politik eine Replacement Migration ist, übersetzt Ersetzungsmigration. Wer sich mit der früheren Geschichte der UNO beschäftigt, stößt auf die Bankiersfamilie. Die Rothschilds waren eine treibende Kraft in der Roundtable-Gruppe, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien einen Krieg gegen Deutschland und die Gründung einer supranationalen Organisation wie der UNO plante. Teil dieser Roundtable-Gruppe war auch Winston Churchill, der die UNO dann tatsächlich mitgründete. Churchills Vater war bei der Rothschild-Familie hochverschuldet gewesen. Die Rockefeller-Familie, denen wiederum die Bank Kuhn, Löb und Co. zum Aufstieg verholfen hatte, stiftete das Grundstück, auf dem jetzt das UN-Gebäude steht. Jakob Schiff, dessen Familie sich mit den Rothschilds in der Frankfurter Judengasse ein Haus geteilt hatte, ging in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und übernahm genau diese Bank Kuhn, Löb und Co., die dann zur wichtigsten Bank der USA wurde. Aus der Roundtable-Gruppe entstand 1921 in den USA der Council on Foreign Relations, der bis heute nachweislich großen Einfluss auf die US-Politik nimmt. Mitgegründet wurde der CFA von Paul M. Warburg, der Teilhaber der Rothschild-nahen Bank Kuhn, Löb und Co. war. Bei dieser Organisation, die von vielen Kritikern als Schattenregierung der USA bezeichnet wird, sprach 2015 Peter Sutherland, der damals UN-Sonderberichterstatter für Einwanderung und Entwicklung war. In Bezug auf Twitter-Nachrichten, die er bekam, sagte er, Je widerlicher sie werden, desto erfreuter bin ich. Denn jeder Idiot oder Nicht-Idiot, der die Tweets liest, die besagen, dass ich dazu entschlossen bin, die Homogenität der Völker zu zerstören, hat verdammt recht. Ich bin dazu entschlossen. Wenn ich es morgen tun könnte, würde ich es tun, inklusive meines eigenen Volkes. Am 17. Dezember 2008 verkündete der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy bei einer Rede an der École Polytechnique nahe Paris « Quel ist l'objectif ? Ça va faire parler. Mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionne pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Die Verbindungen zwischen Sarkozy und den Rothschilds sind zahlreich. Martin Bouy zählt mit seinem nach ihm benannten Baukonzern und dem angeschlossenen Fernsehsender TF1 zu den reichsten Menschen der Welt. Bouy war Trauzeuge von Sarkozy und dessen erster Ehefrau Cécilia, sowie Pate ihres gemeinsamen Kindes Louis. Gleichzeitig sitzt Bouy seit Jahren im Vorstand von Rothschild & Co., der börsennotierten Finanzholding für die englischen und französischen Zweige der Bankiersfamilie. Vincent Boulary wurde auf der im März 2013 veröffentlichten Liste der reichsten Menschen der Welt des Forbes Magazin an Position 329 aufgeführt, mit einem geschätzten Vermögen von 4 Milliarden Dollar. Wikipedia schreibt, Zitat, Im Mai 2007 geriet der frisch gewählte französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy wegen Vorteilsannahme in die öffentliche Kritik, da er auf Einladung und privat finanziert von Vincent Boulary direkt nach seiner Wahl und noch vor seinem Amtsantritt einen Privatjet Boularies auf dessen Kosten nutzte und eine Malta-Kreuzfahrt auf einer seiner Luxusjachten der Paloma antrat. Sarkozy über Boulary, Ich wünsche der französischen Wirtschaft viele wie Vincent Boulary. Seine berufliche Karriere begann Boulary als Trainee bei der Investmentbank Edmond de Rothschild, also bei der Bank, die denselben Namen trägt wie die von Petersons designte Rennjacht. Dazu kommt der freundschaftliche Kontakt Sarkozy's zum französischen Banker Edouard de Rothschild. Ein weiteres Beispiel. Bereits 1922 veröffentlichte Graf Richard Kudenhof-Kalergi sein berühmtes Werk Pan-Europa. Darin propagierte er die Vereinigten Staaten von Europa, einem zentralen Bundesstaat, der von einem neuen geistigen Adel geführt werden sollte. Im selben Jahr gründete er die Pan-Europa-Union, um dieses Ziel organisatorisch zu verfolgen. Später wurde aus diesem Projekt die Europäische Union. Seinen eigenen Angaben zufolge und auf Anregung von Louis Rothschild wurde Kalergi schon 1924 von dem Finanzmagnaten Max Warburg mit 60.000 Goldmark zur Ankurbelung der Bewegung während der drei ersten Jahre unterstützt. Durch Rothschilds Vermittlung traf er sich in Amerika mit den Finanziers Paul Warburg und Bernhard Baruch. So wurde es Kalergi 1926 möglich, den ersten Kongress der Pan-Europa-Union in Wien mit mehr als 2000 Teilnehmern ins Leben zu rufen. In seinem Buch Praktischer Idealismus aus dem Jahr 1925 schrieb Kalergi, Zitat, Fast 100 Jahre später sagte der EU-Kommissar Franz Timmermans und dann folgendes. Diversity is now in some parts of Europe seen as a threat. Diversity comes with challenges. But diversity is humanities destiny. There is not going to be, even in the remotest places of this planet, a nation that will not see diversity in its future. That is where humanity is heading. And those politicians trying to sell to their electorates, a society that is exclusively composed of people from one culture, are trying to portray a future based on a past that never existed. Therefore, that future will never be. Europe will be diverse, like all other parts of the world will be diverse. The only question is, how do we deal with that diversity? Dass die Europäische Union die Massenmigration nach Europa fördert, ließ es sich auch anhand vieler weiterer Beispiele aufzeigen. Ein besonderer Freund des sozialistischen Machtkonstrukts EU ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Auch dieser ist ein Befürworter der Massenzuwanderung nach Europa. Das wurde spätestens klar, als sich Macron hinter den UN-Migrationspakt stellte, womit sich seine Wahlversprechen zur Eindämmung der Migration als nichts als Schall und Rauch entpuppten. Frankreich unterstützte ihn eindeutig. Ich halte das für einen guten Text, sagte Macron bei einem Staatsbesuch in Belgien. Dieser Migrationspakt könnte bald verpflichtend zu offenen Grenzen und unlimitierter Aufnahmepflicht von Migranten und vermeintlichen Flüchtlingen in Europa führen. Punkt 24 der New Yorker Erklärung, also der Grundlage des globalen Pakts für Migration, lautet nämlich, Zitat, Wir erklären erneut, dass Menschen gemäß dem Grundsatz der Nicht-Zurückweisung an Grenzen nicht zurückgewiesen werden dürfen. Zitat Ende. Auch sonst glänzte Macron in der Vergangenheit mit hanebüchenen Aussagen und Aktionen. Es gäbe keine französische Kultur, sagte er in einer Rede im Wahlkampf 2017. In seiner Rede bei der Feier zum 100. Jahrestages des Waffenstillstandes vom 11. November 1918, sagte er, Zitat, Patriotismus ist genau das Gegenteil von Nationalismus. Zitat Ende. Womit er unterstreichen wollte, ohne die Europäische Union sei kein Frieden in Europa möglich. Bei seinem Besuch der ehemaligen französischen Kolonien in der Karibik posierte Macron auf Fotos mit zwei recht bedrohlich wirkenden Schwarzen. Der eine zeigte der Kamera den Mittelfinger. Der andere ist nachweislich ein verurteilter Krimineller. Ein Dieb, um genau zu sein. Wie kann ein Präsident diese Geste auf einem Bild mit ihm überhaupt erlauben und die Fotos dann auch noch freigeben? Handelt es sich hier um eine Verhöhnung des französischen Volkes? Hätte Macron die Veröffentlichung dieser Fotos nicht verhindern können? Oder weiß Macron etwa genau, was er tut, wenn er es sich so ablichten lässt? Auch bei Macron ist eine sehr direkte Rothschild-Verbindung festzustellen. 2008 übernahm er mit 31 Jahren eine Position als Investmentbanker bei der Pariser Investmentbank Rothschild. Zwei Jahre später wurde er Partner bei Rothschild. Man könnte auch lange weitermachen mit den Verbindungen von hohen politischen Entscheidungsträgern zu der berüchtigten Bankiersfamilie. Man stolpert immer wieder über den Namen Rothschild. Und das auch, wenn es um die Geschichte des Marxismus geht. Wie die Hochfinanz den Kommunismus förderte, ist ein immer wiederkehrendes Thema in unseren Ausgaben der Expresszeitung. Es scheint, als würde bei dieser Familie eine Menge geopolitischer Fäden zusammenlaufen. Dass die heutige, prekäre Situation in Europa mit diesen Aussagen hochrangiger Entscheider zusammenhängt, ist kaum abzustreiten. Dass Peterson in einem gesellschaftlichen Klima, in dem Gewalt gegen bestimmte Bevölkerungskreise förmlich in der Luft liegt, solche Bilder malt und sich gleichzeitig mit der Rothschild-Familie einlässt, spricht Bände. Steht Peterson den Leuten, die diese gesellschaftlichen Entwicklungen vorantreiben, vielleicht näher, als er zugeben will? Ist es zudem zu viel interpretiert, dass die schwarzen Figuren hier auf die weiße Figur auf dem anderen Segel losgehen? Handelt es sich bei ihr vielleicht auch um die Göttin Europa? Entscheiden sie selbst. Das führt uns zu einer weiteren Interpretation von Petersons Malerei unter dem Eiffelturm. Dass einflussreiche Mitglieder der Rothschild-Familie, Mitglieder in der Geheimgesellschaft der Freimaurer waren, geht aus ihren Biografien hervor. Ein Symbol der Freimaurerei ist die Pyramide. Nicht zuletzt das 1992 eröffnete Gebäude des oberen Gerichtshofs Israels hat eine Pyramide auf dem Dach und ist eine Schenkung von Dorothy de Rothschild. Nach dem kometenhaften Aufstieg und der blitzartigen Eroberung des Präsidentenamtes durch den Rothschild vertrauten Emmanuel Macron folgte eine sehr symbolträchtige Siegesfeier. Bei dieser betrat der frischgebackene Präsident Frankreichs den Hof des Louvre nicht etwa zu den Klängen der Marseillais, sondern zur Europahymne bzw. zur Hymne der Europäischen Union. Ein deutliches, um nicht zu sagen umstürzlerisches Signal. Das Ganze war in etwa so, als würde Frankreich plötzlich nicht mehr die Tricolore, sondern nur noch die Europaflagge hissen. In Auftrag gegeben wurde das Schillergedicht, auf dem die Europahymne basiert, ursprünglich übrigens von dem Freimaurer Christian Gottfried Körner. Danach stellte sich Macron bei seiner Siegesrede vor die große Glaspyramide direkt vor der Hauptfassade des Louvre, mit der beleuchteten Spitze der Pyramide, also dem freimaurerischen altsehenden Auge, direkt über Macrons Kopf. Und später mit Macrons v-förmig nach oben gestreckten Armen, die zusammen mit der Pyramidenspitze im Hintergrund Zirkel und Winkel ergaben. Und wo wir gerade bei freimaurerischen Heiligtümern wie im Innenhof des Louvres sind, In diese Kategorie fällt auch der Eiffelturm, dessen Struktur ja auch sehr pyramidenähnlich ist. Wikipedia schreibt zum Architekten des Eiffelturms, Alexandre Gustave Eiffel, Zitat Unter dieses Freimaurer-Bauwerk dürfte Peterson also seine tanzenden Figuren malen. In diesem Kontext ist es vielleicht kein Zufall, dass Petersens Bild so viel symbolischen Interpretationsspielraum bietet und zudem den Kontrast von Schwarz zu Weiß sucht. Die Schwarz-Weiß-Symbolik findet man auf dem Boden fast jeder Freimaurer-Loge in der Gestalt eines Schachbretts. Auf Freimaurer-Wiki ist dazu zu lesen, Zitat Durch ihre Drehung liefert uns die Erde, die große Mutter, ein Symbol für die Wesenheit der Schöpfung. Die Welt der Erscheinungen ist nicht die ganze Welt. Diese besteht aus Hell und Dunkel, aus dem Sichtbaren und Unsichtbaren, wie es das fernöstliche Symbol des Tai Chi in so wunderbarer Weise manifestiert. In der freimaurerischen Symbolik wird diese Wesenheit im mosivischen Pflaster wiedergegeben, ein Erbe ganz früher indischer Symbolik. Das Schachbrett verkörperte dort das Weltganze, in welchem die Kräfte des Lichtes mit den Kräften der Finsternis in stetem Kampfe stehen, die weißen und schwarzen Figuren des Schachspiels. Zitat Ende. Man könnte jedoch auch auf die Idee kommen, dass die Freimaurer Schwarz und Weiß wörtlicher interpretieren, als es uns die vorangegangene Erklärung vermitteln will. Nicolas Sarkozy, der in einer Rede die Rassenvermischung forderte, hat eine unbestreitbare Nähe zu vielen Mitgliedern der Freimaurerloge des Grand Orient, deren starker Einfluss auf die Politik Frankreichs in den letzten Jahrhunderten allgemein bekannt ist. Es ist bemerkenswert, dass 28 Freimaurerlogen Europas, von der Türkei bis Portugal, von Italien bis Irland, in einer gemeinsamen Presseerklärung vom 07.09.2015 offene Grenzen für unbeschränkte Zuwanderung forderten und damit eine Übereinstimmung mit den offiziellen Strategien der EU und der Regierungen der meisten Mitgliedstaaten offenbarten. Eine Deckungsgleichheit, wie sie offiziell in diesem Ausmaß zwischen Freimaurerei und politischen Entscheidungsträgern selten so offen zum Ausdruck gebracht worden ist. Petersons Zeichnung, die den Untergang Europas und den Genozid an den Weißen ankündigen könnte, wurde also unter dem Eiffelturm platziert, einem Freimaurerbauwerk. Die Freimaurer haben sich als Organisation offiziell für die Massenmigration nach Europa ausgesprochen. Zudem fällt es nicht schwer, freimaurerische Symbolik in dem Werk zu erkennen. Obendrauf kommt noch Petersons Verbindung zu den Rothschilds, die laut ihren eigenen Biografien in die Freimaurerei verstrickt waren, womit Petersons Malerei möglicherweise auf den Personenkreis hindeuten könnte, der hinter dem Untergang Europas steckt. Damit endet unser Video über einen winzigen Teilausschnitt des Krieges gegen die moderne, fortschrittliche, marktwirtschaftliche und vor allem freiheitliche westliche Kultur, der uns auch in den kommenden Videos und Ausgaben weiter begleiten wird. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Expresszeitung Ich bin der Auffassung, dass wir in 20, 30 Jahren gar keine ethnischen Mehrheiten mehr haben in unserer Stadt. Das ist gut so! Aber Diversität ist der Menschheit. Europa wird divers sein, wie alle anderen Teilen der Welt. Wir danken für uns! Wir danken für uns! Untertitelung des ZDF für funk, 2017